Naja, einen Vorteil hat's mit den ganzen Steinen, da kann Meta sich austoben. Ja. Ach, ich glaub nicht, dass der unter der Woche spielen wird. Der wird bis zum Ende der Staffel auf dem Ofen liegen. Ja, hier wird sich schon ein Hammer lohnen, ey. Ja. Vielleicht mal einen holen, ey. Ich kann keine Steine mehr aufnehmen. Ey, ist doch abwartig. Was ist, wenn du die Samen wegschmeißt? Hm? Hm? Geh weg von dem Steinen. Was? Hab ich grad gesagt, du kannst keine Steine mehr aufnehmen? Ja, und deswegen hab ich den Samen entsorgt. Oh, Eisen! Oh. Ja, musst du nehmen. Ich nehm den nächsten Stein. Oder auch nicht. Na. Sehr löblich. Jetzt noch ein Reh, was flüchtet auf. Ich bin selber gleich. Ja, ja, alles gut. Ich kann gar nicht mehr Fleisch mehr aufnehmen. Ich muss grad sagen, wir sollten genug Scheiß beihaben jetzt. Also Steine auch nicht mehr jetzt. Ich hab wieder out of order hier. Ich hab hier nochmal das hier. Total eine Eskalation hier. Ich kann auch noch's Tool vornehmen. Ey, meine grünen Punkte sind weg. Hab ich nicht. 400. Hab ich nicht. Ein Eisenstein wär noch gut, äh. Ah, finden wir schon mal einen. Ach, Inventar voller Essen, ey. Und nur noch bei 71. Was ist denn da los? Klopfst du das jetzt so weg, dass was anderes braucht? Ich hab noch Platz. Ich hab mit. So. So, jetzt bin ich voll. Jetzt können wir durch, durch, durchmarschieren, ne? Durchmarschieren, ey. So, wir müssen wieder durch. Attacke. Also die Ecke an sich scheint relativ ruhig zu sein, ne? Tote Hose, außer unser komischer Nachbar da hinten. Du bist wahrscheinlich ein total netter Typ. Ja. Das ist immer so. Was soll ich sagen? Sobald die Wegbank 3 steht, wir haben C4. Tja. Dann kann er noch so nett sein, ne? So sieht's aus. Man muss ja auch den Leuten was bieten, ne? Ein Rate muss sein pro Staffel. Ein guter, ja. Na, ob gut oder schlecht. Yeah, Eisen. Ich denke mal, das ist auch alles immer so eine Einspielungssache, ne? Ja. Wie jeder agiert halt anders. Ja, und vor allem Online-Raid ist nochmal, ist nochmal ein bisschen anders. Ja. Wart der echt ab, ey. Was? Man macht das doch nicht. Was denn? Der kommt gleich zurück. Ja. So rumgeballer. Wer kommt zurück? Der kommt doch gleich zurück. Der dicke Bär. Ne, der steht da. Los. Los? Ach, am Ende. Ganz am Arsch der Welt steht da. Was? Da kannst du alleine hinrennen. Nochmal schön im Arsch geschossen. Wir haben doch eh keinen Platz. Ja. Tret nicht zwischen dem Nassgut und seiner Beute. Hm. Ich weiß, kennst du noch nicht den Spruch, aber irgendwann ein bisschen mal herdringen, gucken, dann kennst du den. Ich bin schon gespannt. Mhm. Ich seh nur deine Mütze in meinem Gesicht. Was ist da los? Ich will unbedingt mal in den Militärtunnel. Okay. Ja, jetzt haben sie ja die NPCs ein bisschen wieder abgeschwächt. Boah. Ja, bei Tasty hat geschrieben gehabt, die, bei unserer Staffel war ja auch ein Update dabei und da waren die overpowered. Boah, da musstest du, hast du ja selber gesehen, vier bis fünf Headys neinknallen, bis die um... Ja. Das hat er selber dann nochmal mir gesagt und nochmal irgendwo drunter geschrieben. Ja. Ach, ich bin eh froh, kann ich nichts mitnehmen. So, was hat für den Tag der offenen Tür? Hallo, ich hab die extra für euch aufgelassen, damit ihr gleich hinterher kommen könnt. Ja, ja, du weißt ganz genau, wenn die große Doppeltür auf ist, kommen wir nicht rein. Ne? Ne? Wat? Wat? Wat erzählste? Ey, mannequin. Unglaublich, ey. Passe. Hm. Wat hm? Ach egal, komm. Mal überlegen, Waffenlicht oder... Oder was. Ja, genau, oder was lerne ich jetzt. Ja, Waffenlicht, fertig. Nein. Zu spät. Ne, fehlen 34 Quäpfel. Ja. Ich hätte 14 gehabt. Ja, fehlen noch 20. Gut recherchiert. Mathe 1. Mathe ist ein Arschloch. Wat? Wat... 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 Wat ist mit dir denn, ey? Mathe ist ein Arschloch. Ja. Wie kommt das nicht daran, das Hochwertige? Klar, das hab ich nur rausgenommen, ich es brauche. Achso. Na dann. Alles gut. War dann was. Läuft bei uns. Ja. Kann man so sehen. Kann ich eigentlich hier vergammeln? Ne. Okay. noch nicht. So, Steinkiste ist voll. Ist sehr schön. Was fehlt es denn? Was fehlt es denn? 22 Stunden. Ach, ein Metall. Ach, schreibe ich mich. Ja. Ja. Mit Sicherheit sogar. Ja, guck mal. Zwei Tage. 12. So, Rüstungsgedöns. Ich hab doch irgendwo... was. Ich will raus. Sag doch was. Gut, ich bin startklar. Ich brauch noch ne Minute. Ich guck auf die Uhr. Ich guck auf die Uhr. Kannst du ruhig. Was? Na ja. Das ist eine klare Aussage. Nicht unanschlossen. Niemals. Ach, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Holzen draußen nachlegen. Spritze. Ich kann noch kurz eine Spritze machen. Spritze. Okay. Also, wollen wir jetzt eine blaue Karte holen, oder was? Wäre mal gut, oder? Ja, dann nehm ich nämlich ein bisschen Brennstoff mit. Weil dann können wir nämlich mal das ganze... komplette Kraftwerk mal looten. Naja, und es ist sie nicht. Ach, ich zieh am Warnschut an. Mach das mal. Falls der Hedi kommt, ist das immer ganz gut. Okay. Letzter macht die Tür zu. Jo, krieg ich hin. Nur einen Schluck trinken. Jetzt schon wieder einen trockenen Hals hier. Eieieiei. Ähm, ja. Kannst du eine grüne Karte mitbringen? Und eine Sicherung? Bitte? Ja. Sauber. Boah, sonst kommen wir an keine blaue. Guck mal. Es läuft hier. Braucht gar nichts sagen. Ja, ich weiß. Kennst du mich doch, oder? Mittlerweile? Noch nicht. Boah, er wird ja mit der dicken Mumme hier. Du musst ja noch zwei in der Kiste. Kannst du auch eine mitnehmen. Ja, lass uns mal. Das passt schon. Guck mal für jeden eine. Also eine Sicherung und eine grüne Karte reichen. Ja, dann tut man noch was. Sicherungstechnisch. Ach, der wird sich doch wohl irgendwo einen Scientist finden, den man noch einen ausritten leiern kann. Stimmt. Da eh das Airfield um die Ecke ist, könnte man das auch noch mal vielleicht versuchen. Wir sind überhaupt noch online. Muss ich mal gucken. Keine Ahnung. Ach, das waren vorhin, als ich neu gestartet hatte. Wow. Nein, keine Ahnung. Ich hab nicht geguckt. Ich wollte gerade sagen. Fünf wäre der Hammer. Davon sind drei wir. Könnt's ja nicht sagen. Muss ich dich nahe gucken. Was? Fünf... Fünf Stück oder was? Mal komm, jetzt guck ich nach. Ihr macht mich fällig. Ich hätte... Ich hätte auch nachgucken können. Mensch. Mano. Mano, ey. Schiffe. Was ist denn los? So, rechts ist ein Boot. Rechts ist ein Boot. Das ist kürzer. Ist das schneller? Ne, ne, so ein kleines halt. Achtzehn Leute. Echt? Das ist nicht viel. Naja. Wenn 15 Stück gleich am R15 reicht's. Ja, gut. Wo rennt der denn jetzt hin, wenn da ein Boot liegt? Da vorne ist auch eins. Ah ja, guck mal da drüben rechts. Hm? Die hab ich auch schon gesehen, rechts. Und die Base. Ja, die war geradet. Echt? Da sind wir ja schon mal vorbeigekommen. Ja, gestern. Müssen wir aber nochmal gucken. Ich glaub, das sieht jetzt wieder aufgebaut aus. Ja, weiter, weiter, weiter. Halt die Gurschen. Ja. Aber ohne Mist. Aber. Alter. Was ist denn los hier? Ja. Ja, gleich mal Versandbank. Das ist mit Paulstein. Hä? Haben die Langeweile oder was? Warte mal. Wollte ich ja. Ich wollte da hinten noch. Da hinten steht ein richtiger jetzt noch. Ossi, umdrehen geradeaus steht noch eins. Okay, ist noch heile? Ja. Ja. Dann. Och komm, schwimm nochmal schneller, Else. Was ist denn da los? Echt? So. So. Alle an Bord. Jo. Auf geht's, ab geht's. Was passiert eigentlich, wenn ich dir so einen kleinen Riss in deinen Anzug mach, Targos? Er erstickt. Das wär bitter, ne? Ich frage, ob ich ersticke oder ob du erstickst. Was hast du denn vor mit mir, hallo? An, was da entweicht aus dem Anzug. Ach, mit drei Nasen ist er schnell weggerochen. Das ist schon krank. Boah, wie viel Zeug hier rumstehen, ne? Ja. Das ist krass. Ja, die farmen alle, wie die Bekloppten. Ich glaub die Base war das, die wir geguckt hatten. Ja. Kann auch sein. Ja. Ja, die war das. Aber leider haben wir nix mit. Nix, ey. Ich hab sowieso keine Munition für die Doppelläufige. Ja, sauber. Guck mal, da oben ist alles voll. Rechts. Guck mal. Ja, viel ist halt vorne hier bei Kuppel und so, ne? Klärwerke, Militärtunnel, die Ecke ist halt richtig... Nix schon. Richtig... Ey, was ploppst du denn hier auf? Ploppt einfach ein Boot von uns auf, ey. Ich glaub nicht, das hier einer rumrennte. Tjojo. So, wo ist denn das Kappdingens? Ich denke mal hier vorne. Das kleine hier. Oder? Ja. Ohne Leiter. Eine Leiter. Haben wir schon. Ja, aber trotzdem. Ist gut. Was ist der Scrapper? Wer hat die Sicherung? Ach, ich habe auch eine Idee. Schon drin, alles gut. Schon an, sonst... Ist ja gut. Vorsichtig doch. Was sagt ihr das? Oh, da läuft einer. Am Scrapper hier. Echt? Ja, ja, ja. Direkt beim Scrapper? Der ist hier dann geflitzt. Ich weiß nicht, wohin es ist. Ich denke hier irgendwo. Oder ich habe Hussi ist, aber ich meine. Ja, Scrapper ist er. Weißes obere Teil. Guck mal jetzt. Bist du doch selber schuld, wenn du eine Leine hier rumnäust. Zack. Hallo, that's Rust. Oh, nice. Cordova. Ja, Junge. Falscher Zeit, falscher Ort, ne? Ja, was geht denn einfach Scrappen? Der muss uns doch gehört haben. Was ist denn los mit ihm? Ja, wahrscheinlich hat er auch was von dem Gerücht gehört, dass wir nette Rustler unterwegs sind. Ja. Naja. Kann aber auch nicht full life gehabt haben, eigentlich. Drei Schüsse ist abgegeben, ne? 53. Kann man mit 53 Gesundheit rumrennen. Vielleicht frisch gespawnt? Ne, war schon noch am ersten Schuss tot. Ne. Frisch gespawnt. Der hat 110 Dings mitgehabt. Was? Rap. Ja. Jaja. Mal gucken, vielleicht kommt er jetzt nochmal wieder voll equipped. Krieg mal Spaß. Was machen wir denn? Sollen wir die jetzt safen oder sollen wir noch zum Airfield gehen? Wieso, was hast du denn jetzt da? Ja, nix, die blaue Karte halt. Ich hab 95 Scrapp, blaue Karte. Ja, ich würd sagen, erst safen. Hast du Licht bei Waren? Wie Licht? Ja, Licht auf der Knarre. Ja, klar. Für das Airfield war ich nicht. Doppellauf wegen nur. Ja, komm, dann. Leeren wir erst ein Licht, damit alle Lichter haben. Macht mehr Sinn. Schieb, Schäppi, schieb. Geh bei uns. Jo. Bring uns sicher nach Hause, Chef. Ach, klar. Ich sag. Okay. Ey, mir ist egal, wir können auch das Kraftwerk mal komplett looten, wenn du willst. Ja, wie gesagt, ich bin für alles offen, wir können mal irgendwo anders hinfahren. Ich wollte jetzt nur eben das Licht leeren, dass wir alle Licht auf der Waffe haben. Und wenn wir das Kraftwerk haben, kriegt man ja eine rote Karte, also da würde ich ja mal echt mal die Dings probieren. Rote Karte kriegst du ja im Kraftwerk. Ja. Komm, drop it. Hier kann man auch in den Bauschrank eigentlich noch aufschießen. Aber vielleicht holen wir nochmal irgendwie eine zweite blaue Karte als Karte. Ja, klar. Weil ich schätze mal, die da hinten, die werden aktiv sein. Wer ist denn noch da? Warte, Viertel vor drei. Legg mich am Arsch. Da legst du die nieder, ne? Ein wenig. Der baut doch einer oben. Da baut links oben einer. Ja, könnte ja. Das ist auf jeden Fall hinter dem Fels in the base. Ja. Die base habe ich auch gesehen. Willst du jetzt echt hin? Okay. Wenn ihr schreit, da baut einer, dann ist das ein Zeichen, wir sollen aussteigen, oder nicht? Na gut. Ich habe eh noch sieben Brennstoff. Ja, noch gucken. Ich habe noch sieben Brennstoff. Ja, die raiden, die liegen in die Schlafsäcke. Okay. Ein Stück. Da ist die schon geraidet oder die raiden gerade? Wenn ihr da einen gesehen habt. Ich habe da einen in der Suit gesehen, der hat gerade einen Bauplan in der Hand gehabt. Ja, dann raiden die, ne? Kriegen wir auf die Fresse jetzt. Nee, dann... Nee, egal. Egal. Also ich gehe rechts hoch, gell? Ich bin nicht hinter euch. Ich kann ja mal die Schlafsäcke wegmachen, wenn du willst. Drei Stück. Vier. Ja. Der Turm ist weg. Hier war gerade noch ein Turm. Weißer Richtung Airdrop. Oder ist der Besitzer der Butzer, der gespawnt ist? Was weiß ich. Genau, son. Seht ihr was? Nee, bis jetzt nicht. Also hier stand gerade noch so ein Turm. Das habe ich gesehen. Wer das jetzt zerfallen ist eben fix? Oder die haben dann... Oder was weiß ich. Guck mal auf die Tür hier. Hm? Guck mal auf die Tür. Oh, da unten ist auch die Red Butzer wahrscheinlich. Tür ist zu. Sorry, seid schon. Ja, ich bin schon an der Base. Hm. Da läuft ein nackter. Auf 30. Ich muss ein bisschen Kompass anmachen. Hm, das könnte der sein hier. Oh, ab, ey. Ich schieße. Ich schieße noch nicht. Okay. Ich schieße noch nicht. Ich habe es mir verknüpft. Wahrscheinlich ist das der hinten von dem Scrapper oder so. Nee, nee. Das ist... Weder gehört der zur Base oder gehört zur Red Base. Ich schaue mal auf die Red Base. Aber du hast doch eine Leiter, ne? Aber das bringt uns auch nichts. Ja. Ich gucke mal, ob er was beihört hat. Wahrscheinlich nicht, aber... Ja. Kein Aim-Brötchen. Mhm. Ja, alles gut. Ja, dann lassen wir uns. Nehmen wir hier vorne so ein kleines Boot. Ich habe eh nur noch sieben Brennstoff. Ja. Ja, keine Ahnung. Wie hat er den Turm gerade zerstört oder was? Ich weiß ja nicht. Aber ich habe drin noch nichts gehört. Nee, ich auch nicht. Was da noch gelaufen wäre oder so. Wahrscheinlich hat es ihn genauso aus dem Spiel gehauen wie mich. Also Hasis habe ich jetzt nicht, ey. Nee, wir haben es ja alle gesehen. Alle. Siehst du, wie ich eine Aufnahme? Da stand ein Turm. Seit wann hast du eigentlich den Chat wieder an, Zawas? Ich habe keinen Chat an. Nee? Nee. Wieso? Sachtest du nicht was von wegen kein Aim-Brötchen? So hieß der, den ich gekillt habe. Ach so. Der hatte da in den Chat reingeschrieben. Sehr nett. Ja. Dann gold das Bier. Gerne. Falls er es hieß, gerne. Kein Problem. Jederzeit wieder. Zerast, Alter. Da musst du mit leben. Der ist heute schießwütig, der Gute. Ja, keine Gnade, heute. Das ist mir scheißegal. Also die Base da hinten zerfällt, oder? Können wir ja gleich mal hindüsen. Können wir ja gucken. Braucht halt nur erstmal Munition. Munition. Ich glaube nicht, dass die zerfällt. Warum soll die zerfallen? Weil ich glaube ich ein Dings gesehen, so ein Rahmen vom Garagentor. Manchmal baut er es nicht so direkt auf, wenn du so weit weg bist. Ach komm, den sucht und nehm ich mit. Zack. Ja, super. Sind wir super hoch hier, ne? Ja. Das? Hühner. Hühner sind das. Ich hasse Hühner. Ja. Seit der Folge in Survival würde ich das auch tun. Seit was? Seit der Folge in Mist, wo es dir das Auto halb zerlegt hat. Was heißt, hier muss ich nicht mitnehmen? Du musst auch nicht mitnehmen, die Kackhühner. Ich nehme hier auch nie mit. Ein Fleisch. Das ist ein bisschen hoch. Hallo? Bisschen hoch. Da. Links von mir. Aber hier ist es. Der Schipp war da schon oben, ne? Ich bin schon oben, ja. Tja, ja, 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 so ist das. Den Flyhack aktiviert, ey. Ja, was ist denn? Hä? Ein bisschen langsam unterwegs, wa? Ich? Ja, klar. Ich genieße die Aussicht, hallo. Äh. Aussicht. Mich hetzt doch keiner. Außer dir. Ich habe nur mal mich umgedreht und geguckt, ne? Da dachte ich mir, komm, warte es mal kurz. Hm. Sehr nett von dir. Ja, eben. Denke ich doch. Guck, warum ist der Honeycomb eigentlich nicht fertig, wenn wir so viele Steine haben? Gute Frage. Naja. Oh, da wollte ich gar nicht. Perfekt. Tja, muss ich mir einquetschen. Hallo? Ja. Dachte ich, schubs mal ein bisschen von hinten. Kiste auf, Tür auf, alles auf hier. Ja, klar. Sicherlich. So, Licht. Licht. Bitte. Licht. Gib mir Licht. So, 46 Schuss wird er wohl reichen, ne? Ja, 50. Und wo ist er Scrapping gepackt? Ich glaube, ich habe es im Forschungstisch drin. Licht. Ich glaube, ich mache mal irgendeine Müllkiste. Nein, mache ich nicht. Alles gut. Mach doch. Wenn du dir irgendwo eine neue hinstellst, kannst du das gerne machen. Nein, ist alles gut. Kein Problemchen. War eine dumme Idee, ich gebe es zu. So. 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 Vielen Dank.